Musik 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 Hier in Lienthal hat damals alles für mich angefangen. Ich bin seit Beginn an dabei, was mittlerweile über vier Jahre her ist. In diesen vier Jahren habe ich unheimlich viele Erfahrungen sammeln können und eine sehr starke persönliche Entwicklung durchgemacht. Mittlerweile habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, euch da draußen zu helfen, dass auch ihr eine solche Persönlichkeitsentwicklung durchmacht und dass ich euch bei euren persönlichen Erfolgen helfen kann. Ich habe aber eins in dieser Zeit gelernt. Du kannst noch so viele Bücher lesen, noch so viele Podcasts hören, auf Seminare gehen. Solange du kein Macher bist, wird es alles nichts bringen. Deshalb, wenn du ein Macher bist und die Leidenschaft zum Fitnesssport hast, dann bewirb dich bei uns bei der unten stehenden E-Mail-Adresse. Und damit du auch weißt, was auf dich zukommt, geben wir dir mal einen kleinen Einblick, wie bei uns die Tätigkeit aussieht. Wir finden bald unsere legendären Viva-Cross-Kurse statt. Ja! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.